ja leute herzlich willkommen zu diesem video ja aus gegebenem anlass weil ich auf 20 h2 bin und ja da werden treiber halt zurückgesetzt und so klein kram klimmen aber im prinzip geht das mit dem media creation tool ja super ja gehen wir mal ganz fix auf das eigentliche thema ein ich habe eine soundblaster z mit dem daniel k treiber der sollte auch immer noch drin sein ich werde den sie rein sicherheitshalber einfach noch mal neue rein machen weil der hatte einige nette verbesserungen gehabt aber so habe ich jetzt auch mal ob oder auch nicht dokumentiert weil man hier bisher was sehen kann den treiber link in die video beschreibung zum daniel k treiber jetzt habe ich dann halt gerade frisch veröffentliche videos halt mal probe gehört und ja wenn der kram hier so an ist standardmäßig dann passiert natürlich soundtechnisch ganz schräge sachen und ja gehen wir doch mal diese creative sound verschlimm besserer mal durch also das sind hier alles so sachen die sollte man mal deaktivieren smart volume oder svm ist übrigens das woran man auch erkennt dass eine x2 auch eine richtige x2 ist und keine sogenannte fake x2 wo man sagen möchte oder nicht also ich lasse den kram lieber besser aus gefällt mir nicht ist halt auch wieder ein verschlimm besserer mikrofon technisch crystal voice nutze ich nicht weil ich habe ja mein mischpult mit phantomspeisung ja ob man das unbedingt braucht hier den scout motor sein wieder ist die sound sache im spiel gut gemacht mit der ortung oder eben nicht ausprobieren kann man es aber natürlich mal zum datteln ja ich habe meine kopfhörer hinten direkt an das soundplaster z angeschlossen entsprechend kopfhörer und ja separat sollte man aber trotzdem über windows einstellen dass man hier eigentlich nicht dankeschön aber das sprecher konfigurieren auf stereo weil sonst passieren da auch schräge sachen ja stereo direct oder so gibt es jetzt gerade hier nicht braucht man aber auch nicht das hätte der original treiber wohl und ja der daniel card treiber unterstützt das gerade aktuell nicht kann man aber auf englisch etwas genauer nachlesen weil das hier eben eigentlich der treiber ist von einer ae weiß ich nicht was genau da diese ja möchte gern bessere soundkarte die ja eine ganze ecke mehr kostet ja auch hab mal erstmal die kopfhörer oder entsprechende anlage und regel mal die raumakustik so ist das halt ja ich habe anstelle dem mikrofon natürlich auf line in umgestellt das ist halt doppelt jack mehr zweck dieser 3,5 klinke wird halt mehrfach benutzt ne ich könnte sagen mikrofon frontseitig oder mikrofon hinten ich kann aber auch sagen dass er den line in hinten nehmen soll ja what you here ist eigentlich klar das ist das was wir hören da kann ich hier eine extra spur machen in obs studio das habe ich auch ist hier bei mir die drei sieht man wenn ich hier bing bing mache habe ich den desktop oder auch spiel sound halt noch mal separat zu meiner direkten abmischung über obs studio für streaming hier mit vier spuren auf ich nehme auf spur 1 auf den desktop oder games sound und mein mikrofon natürlich mit dacca weg mischen mache das alles alles leiser außer meine stimme und ja dann habe ich in der zweiten spur denke ich nur mein mikrofon und irgendwie so und irgendwie noch mal extra den primären sound halt also desktop und gaming und dann habe ich halt noch mal what you here halt extra auf spur 4 und das ist dann das hier ja gut mit kopfhörern könnte man es ruhig machen könnte man das ding benutzen aber viele möglichkeiten bietet es ja eigentlich jetzt nicht so da gibt es eigentlich auch besseres das benutzt man dann aber wieder als wie ist die plug-in entweder zur aufnahme fürs mikrofon oder halt zur wiedergabe in fuba 2000 ja auch stereomix über digital ausgang wiedergeben ist eine simple sache das was ich jetzt gerade auf kopfhörern höre könnte ich wenn ich jetzt meine anlage anschalten und das hier aktiviere halt trotzdem stereo mäßig auch mit der anlage zeitgleich wiedergeben und verstärken also ist das signal gedoppelt in dem sinne könnte eigentlich mal aktivieren was dann warum ich das nicht aktiviert habe aber ja gut der den treiber alles komplett auf null gestellt und ja somit haben wir dann eigentlich die verschlimmen bessere auch alle ausgestaltet wie ihr gesehen habt habe ich das jetzt auch beendet von creative das muss nämlich tatsächlich nicht ewig mit laufen ich starte es noch mal man kann hier nämlich noch wenn man hier den fall ein klickt hier beim starten von windows das deaktivieren das hat das beim hochfahren mit startet das zum einen ja und zum anderen bleibt aber lustigerweise trotzdem im autostart menü erreichbar über den task manager dennoch der eintrag hier den man dann noch auf deaktiviert stellen kann und auch sollte kann man so wie dieses abdreck braucht man auch nicht kann man alles deaktivieren ihr seht ja ich habe hier nur mein logitech für meinen driving force gt laufen und aber es ist natürlich aktiviert und der rest sowie cortana matschner security notification icon wozu ich habe aber es hier unten ja das muss auch nicht immer mit starten und ja das soll es gewesen sein ein bisschen ausschweifend bis zum nächsten video macht's gut oder besser